Geh ganz schnell rein. Ich muss da rein, ich muss da rein, ich muss rein, ich muss rein, ahhh. Ich seh, okay, okay, okay. Alter, oh mein Gott, da ist jemand. Alter, Fettsack, alter, guck dir den an. Ich gucke schon und damit würde ich sagen, ein herzliches Willkommen zu dieser Folge. So, let's play Outlast, hier geht es weiter und, alter, kleine Schweine, ich find euch, okay, er nennt uns, er nennt euch, was? Äh, alter, ich hab grad gedacht, er wollte das aufmachen. Warum auch immer er das gedacht hat. Ist grad ein paar FPS-Einbrüche. Ja, das hab ich. Siegt, glaub ich, an Übertragung. Bin mir aber daran nicht ganz sicher. Na, warum? SEKRASânE Ai, oi, 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 oi. Oio, oi, 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 oi. Du könntest ja was einstellen, so, in Outlast. Mit dem, mit dem Ding? Mit der Grafik. Das ist alles schon so eingestellt, glaub ich. Hm. Geh mal raus. Ist der weg? Keine Ahnung. Was soll ich jetzt da raus? Ja. Alter. Pass auf. Mit Q und E kannst du dich um die Ecken beugen. Äh, mit Q und E? Nee, mit E und W. Achso. Äh, W? Ja, nee, nee, mit Q und E. Ah, du hast recht, Q und E, sorry. Warte mal, wenn ich gleich F drücke, Mit wem wechsel ich vorgekehrt? Ist gar nicht so dunkel. So, dann gehen wir wieder zurück. Lauf lieber da lang. Ich muss ja jetzt Generator anmachen, ich stand da gerade. Äh, pass auf. Ja, du weißt ja auch nicht, was los ist. Ich würde da nicht reingehen. Ja, wo sollen wir denn überhaupt rein? Hä, wo bin ich denn hier? Du bist in der Eingangshalle. Wo weißt du das jetzt? Wenn man das sieht. Mach mal kurz deine, deine, mach mal kurz an. Was denn dann? Deine, deine Kamera. Und gehen, gehen, ja, mach, mach deine Nachtsicht. Ah, warte. Du bist da. Ah, hier bin ich. Okay, okay, okay. Alter, ich fahre mal ein Bruch für die Uhr hin. Alter, die Tür. Mach mal lieber eine Kamera bereit. Äh, ich stehe hier Wasser. Okay, okay. Haben wir irgendwas, was wir hier aufheben können oder so? Oh, Dokumente. Akte, Dokumente, was auch immer das ist. Ja, jetzt, warte mal. Dann werden wir das jetzt mal lesen. Okay. Malkutra-Programm, okay. Betreff, Hypnose-Experimente und Forschung. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954 wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in den Gebäude 13 in Mount Massif. Äh, Pre... Wie wäre das ausgewählt? Preserve? Preserve. Preserve. In Colorado im, äh, folgenden Test, äh, Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens. Wurde eine Psy... Ah, Post-Hypnose. Was, Alter? Der Vorgang... Warte mal, ich mach das schon. Der, äh, vergangene Nacht, ähm, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort, ohne weitere Anweisungen, in einen tiefen, hypnosischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher die Angst von jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, allein zu ihrer Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, äh, die sich nun in den tiefen, hypnosischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine, sollte sie, was ist das? Sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, ähm, dass sie nicht zögern würde, Miss, ähm, Jackson zu töten, wenn diese nicht aufgewacht... Äh, aufwacht, oh shit, alter Leute, das ist hier, man sieht, wie gestört das hier ist. Zweitens, Miss Pierce führte die Anweisung genau aus, feuerte auf, äh, was auch die ungeladene Luftdruck-Bistole auf Jackson ab, äh, das glauben wir jetzt ehrlich, ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich nicht an den Vorfall erinnern. Aber da, warte mal, okay, geil, ich sag das später dazu in meine Kommentare. Miss Pierce wurde die Person erneut zugereicht, äh, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten nicht entgegennehmen wollte. Sie stritt von dem vergangenen Vorfall vehement ab. Das ist komisch. Das ist, das ist richtig komisch, Leute. Oh, so. Hier, also, ich weiß nicht, was hier... Äh, ist hier was? Äh, na. Guck mal, die war auf dem Boden, auf dem Boden sind meistens was. Ja? Ich glaub schon. Ja, aber das ist alles voller Wasser, ich glaub nicht, dass hier Batterien oder sowas wär, im Wasser drin. Wollen wir mal sehen. Okay, ich seh hier eine... Nochmal über deine Kamera. Oh, shit. Äh, da redet grad einer. Wo ist der? Wo ist der, sagt dir gerade jemand. Das hat grad jemand... Das ist keine Untertitel an. Nein, 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 das ist sogar deutsch, glaub ich. Der hat gesagt, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der, hörte ich das an. Wo ist der? Oh, kack. Äh, was ist das? Das... Schalte die beiden Gaspumpen ein und bestätige den Hauptschalter. Aber betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Äh, das heißt, ich muss hier Räume irgendwas finden, wo ein Hauptschalter ist oder Pumpen ist oder sowas. Nein, du musst die Pumpen finden. Oh, scheiße. Ich hab zwei von fünf Batterien. Warum hab ich nur fünf? Du hast zwei. Von fünf. Über den Räume gehen richtig in der, hab ich siehst gerade. Äh, Alter, ich glaub, ich hab grad so das ungute Gefühl... Punkt, 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 Punkt. Warum? Ich hab das ungute Gefühl, dass hier jemand ist. Ja, äh, im Keller, ich würd's mal sagen, dass da jemand drin ist. Äh... Äh... Alter, Alter! Alter! Was? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wo ich was... Mach mal lieber die Tür zu. Sicher? Ja, weil ich... Ich lass dich auf. Nein, mach... Dass ich rausrennen kann. Alter, ah! Da sind Schränke. Wo sind Schränke? Hinter dir. Oh. Ja, dann... Mach dann zu. Ich will mal den... Ah, ein Knopf. Ich hab einen Knopf gefunden. Jetzt versteck ich mich, oder? Ja, wer besser? Ich spare jetzt erst mal und guck, ob wenn die Tür aufgeht, werde ich das ja hören. Ja, na. Hoffen wir's. Okay, ich höre, dass er irgendwie es anfängt, asthmatisch schön. Äh... Hast du irgendwas in der Klo? Ja, stopp! Da, 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 da schlägt gerade jemand gegen die Tür. Oh nein! Alter! Alter. Hä? Da läuft gerade einer! Scheiße. Hä? Was macht er denn da? Was... Der guckt... Weil die Pumpe war vorher aus. Ich gucke... Ja klar, aber... Ist er jetzt extra da... Was macht er eigentlich im Kenner? Ah, hat er es ge... Er macht gerade Schließfächer an. Aus. Ah. Hinau... Aus. Alter, Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, das gab's ja. Was denn? Ich glaub, die haben ja früher... Die haben ja Schließfächer aufgemacht. Hä, wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Das wusste ich gar nicht. Alter, jetzt hör auf mir irgendwas... Angst einzujagen, Alter. Bitte lass das. Ist er raus? Ist er raus? Was glaubst du? Spring raus. Und Otter... Wenn du bei Türen... Linksklick gedrückt hältst... Machst du sie langsam auf. Ich weiß. Das hab ich mir gesehen. Schleich lieber. Wie geht das? Shift. Äh, ja. STRG. Nein, Shift. Ja. Wißt du? Ja. Bewegt deine Maus mal. Da ist einer mit dem Knüppel in der Hand, Alter. Äh, lauf. Geh da lieber raus. Ich muss irgendein... Irgendwas... Ich muss den zweiten Pumpe irgendwo finden, irgendwie. Achte mal drauf, wo der hinläuft. Ich seh nicht mehr. Er ist nicht mehr in... Äh... Und geh aus dem Licht raus. Geh wieder in den Schrank. Warte mal, ich mach... Ey, der ist da. Ich seh, der ist vor mir. Der steht da gegen irgendwas. Er hat gerade irgendeine Tür aufgemacht. Dann geh wieder in die... Geh wieder in den Schrank. Nein, 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 bitte. Alter, hast du gerade deine Tür gesehen? Was denn? Da wollte gerade jemand reinkommen. Nein. Alter, willst du mich verkackeiern, Alter? Das ist doch... Es sah so aus. Ey, komm, du willst mich doch verarschen. Ich hab das gerade... Aber weit weg. Wie geht das denn? Hey, ich kann mich sogar umgucken hier. Geil. Hoho, sieht sehr ordentlich aus. Ich bin nicht so... Boah, weißt du aber ein Spiel, das du spielen könntest für Alien, also da ich schon... Ich geh jetzt einfach raus. Ist egal, ob der SDR ist. Mit was renne ich nochmal? Schiff? Äh, SDRG? Oder? Ja. Ja. Da ist er! Nicht in den Schrank! Man hat mich gesehen! Ja, und... Ja. Eine Leichenhänge? Ja. Ja, eine Leichenhänge? Ich bin wieder raus! Du bist tot! Nein, nein! Wo war ich denn Resport jetzt? Was weiß ich! Oh nein, nicht wieder hier. Okay, die Prozedur kennengeschaltet. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Er fehlt aber wirklich richtig scheiße. Okay, wir wissen das. Wo war denn dieser Pumpraum? Versteck dich denn direkt im Schrank. Ja, jetzt wissen wir, dass da jetzt gleich auch ein Typ bekommt, der uns... Keine Ahnung warum, was er hier im Keller macht. Der macht hier... Ich weiß nicht, was er hier im Keller macht. Mach die Pumpe an. Wir haben aber noch Zeit, weil der sucht ja nicht lang. Geh ja lieber jetzt rein. Ich geh rein. Und mach jetzt auch gleich mal die Ding aus. Und warte mal... Lass die Kamera lieber an. Ne, ne, das ist eigentlich recht beleuchtet. Man sieht ja, wenn er hier vorbei bleibt, man sieht sein Stativ. Also man sieht es schon. Seine Statur. Seine Statur, entschuldige. Stativ. Alter. 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 Wer ist das? Aber warte mal, wo ist denn dieser zweite Pumpraum? Da müssen die zweite Pumpraum... Leute, wie ihr wisst, steht da gerade einer vor der Tür. Ich sehe es. Ähm... Erst... Äh... Ich wollte eigentlich gerade sagen... Ich übernehme ja bald Outlast. Ja. Ähm... Ich kenne... Ey, ich hab irgendwie nicht so heute wohnen drin. Ich weiß nicht. Ich krieg diese guten Begriffe, die ich eigentlich immer so auskriege aus meinem Mund immer raus. Ich weiß nicht. Du kennst doch diese... Da steht da immer noch. Hä, warum? Er läuft die ganze Zeit im Kreis. Ich wollte gerade rausgehen, weißt du das? Ich wollte gerade rausgehen. Ja. Vor allem... Vor allem... Da geht nicht raus. Da geht nicht weg. Pass auf. Der ist gerade zweimal wieder zurückgekommen. Sag, mach da den Schrank auf. Nein, Alter. Warte erst mal. Bisschen noch. Nein, ich wollte dich gerade erschrecken, man. Wollte gerade so sagen. Mach den Schrank auf. Ah, naja. Das kriegst du gut hin. Ich hab dich, du bist gar nicht so laut, äh, also wie bei mir ein Kopfhörer. Ich hab dich, du bist gar nicht so laut, äh, also wie bei mir ein Kopfhörer. Du bist etwa so wie... Etwa so wie das Spiel. Aber ich sag ja gerade... Und Leute, wisst ihr warum ich eigentlich dabei bin? Läuft er hier irgendwo? Keine Ahnung. Er kommt hoch, er kommt hoch, oder? Er kommt hoch! Ah! Er hat mich gesehen! Ich werde geschlagen! Ich hab grad gesneakt, statt zu spinden. Hä, ey, das kann doch gar nicht sein, man. Das kann doch gar nicht sein, man. Verdammt noch mal die Fisch. Ich sag! Ey, ich werd diesen... Also, das ist doch nicht mehr gruseln, Alter. Das ist einfach so ein Typ, der sich hier heimlich in den Keller rumschleicht und keine Ahnung, was er macht. Alter, das ist ja die reinste Hölle hier, als es mir jetzt scherzt. Wie oft du da stirbst. Ja, ey, der hat mich einmal erwischt und ich... Geh mal in den anderen Pumpraum. Da gibt's, glaub ich, ein Bett, da kannst du dich unten drunter verstecken. Da gibt's ja Schränke. Geh mal in den anderen, links. Links? Von, wo weißt du... Ah! Ah, das haben wir da auch gesehen, wo wir reingeraten sind. Ja. Ja, genau. Mach mal auf. Oder vielleicht ist der auch drin. Da ist ein Bett, guck mal, ob du dich da unten... Ja. Ich kann's, ich kann's, ja. Mach die Pumpe an und dann versteck dich da unten. Oh, das sieht ja sehr gut aus. Ich hab jetzt Angst, dass die... Okay. Ah, die einfach gleich... Ich glaub, der steht da vor der Tür, wartet, bis ich drauf drücke und kommt dann erst rein. Weißt du? Weil, wenn ich das drauf drücke, da kommt der gleich. Ohne Probleme. Einfach so... In... 20 Minuten. Guck mal, jetzt kommt er gleich richtig in den Raum. Er weiß einfach alles. Alter, es sieht aber nicht so aus, als würde alles... Äh... Guck dir grad unter... Nein. Alter! Hier waren keine Miezenkatzen oder so. Alter, was redet da für Kacke? Das ist ne Irrenanstalt, was denkst du? Miezenkatze, ja. Ich bin sicherlich eine Miezenkatze, die du mit diesem Knüppelstock da kaputt machen willst. Nein, streicheln, er will dich nur streichen. Aber wie kr... reden wir noch? Wie kriegt man's denn hin? Es zu schaffen, dass er ihn nicht erwischt. Dass er einen nicht erwischt. Schleichen. Mit Sni... In der Dunkelheit bleiben. Nicht im Licht. Ich geh mal raus. Schleich. Oh, ich hab vielleicht keine Botanien mehr. Dann lad nach. Er schlägt grad eine Tür ein. Er schlägt grad eine Tür ein. Das ist die andere Seite. Geh mal zu dem... Geh mal zum... zum Raum, der leuchtet. Welcher denn? Da drüben? Ja, schleich aber. Im Wasser oder was? Ne, im Wasser renne ich, hörte. Hier, jetzt. Ja. Geh da rein. Wo lang? Keine Ahnung. Electronic Raum ist da drüben, aber ich... Ja, versteck dich erstmal. Geh in die Dunkelheit. Geh unter das Bett. Ich seh ne Pumpe irgendwo. Oder so. Ne, das sind... Es gibt nur zwei Pumpen, glaub ich. Ich muss gleich die Batterie wechseln. Also es gibt nur die zwei, glaub ich, die wo wir drin waren. Ja. Okay. 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 Ich blüfe sie jetzt bis zum... Also... Es waren ja auch nur zwei Pumpen, die da abgebildet waren. Okay. Und... Neue Batterie rein. Das ist vor allem so unrealisch, diese Batterie ist so... Ich glaub ich mach dir jetzt die Tür zu und guck was in diesem Raum ist, ja? Weil ich glaub die müssen die... Hast du gemerkt, dass die die Türen erst gar nicht... Die machen die nicht auf. Die machen... Die machen die kaputt, hab ich grad die ganze Zeit gemerkt. Batterie! Ja, ich hab's gesehen. Ich würd... Geh mal lieber in den Schrank. Schrank? Hier ist kein Schrank. Da hinten. Da hinten? Ja. Ich geh mal rein. Mach das aus. So. Also, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt noch einen Pumpraum finden, ja? Und das ist ja der, den wir davor schon hatten. Ja. Okay, wo ist der genau? Und dann zum Electronic Room, glaub ich. Mhm. Weil der stand ja grad eben und wir müssen... Der stand hier, wir müssen zum Stromgenerator. Wir müssen, nein, wir müssen jetzt zum, ähm... Immer noch zur... Zur anderen Pumpe. Zur anderen Pumpe. Ja, ja, zur anderen. Okay, dann geh ich mal jetzt raus. So. Ich weiß gar nicht, wie lang die auch noch ein bisschen... Was? Äh... Ganz mutig hier. Ja, ja, ich hab... Er steht grad nicht höher. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh nein. Ich hab's einfach gehört, wie er sie eingestangen hat. Dreh dich mal auch kurz zur anderen Seite. Kommt der jetzt hier rein, was glaubst du? Hä? Weiß ich nicht. Hat er grad die... Ah, der ist da drüben! Er hat grad die Schließwässer aufgemacht, alter! Junge! Er hat grad Schließwässer aufgemacht. Er kann das. Aber Türen öffnen kann er nicht. So. Schön. Ich trau mich nicht, jetzt ganz jetzt rauszugehen... Vielleicht legst du sie so... So... So zu, die Türen, dass du... Dass die sich verkanten. Ich weiß ja nicht, ich kann jetzt sein, aber das... Hier sieht man, dass das einfach nur ausgeht und immer... Okay, ich geh jetzt raus. Pass auf. Fuck the shit, ich muss jetzt raus. Pass auf. Ich höre grad jemand redet grade. Ah. Achte, ach pode... Achte, achke. Ich hab gesneakt. Scheiße. Aber ich glaub das wäre ein perfekter Zeitpunkt. Alter... Das ist glaub ich irgendwie falsch. Oder man kann doch nicht mit einen Schlag sterben kommen. Wann ist höchstens letzt... ich glaub mit zwei Schlägen. Mich einmal getroffen. ich glaube es ist ein perfekter zeitpunkt um die folge zu beenden ich versuche das jetzt noch ein letztes mal ein letztes mal ich glaube die folge geht schon mehr als 20 minuten oder 20 minuten so lange war es nicht so lange war es nicht okay gleich mal so ganz oldschool mäßig jetzt ist ja noch der penner nicht im verdammten keller ja klar ich habe ja doch gesagt ich hätte gelacht ich glaube jeder wirst du eigentlich in dieser folge wir denken drei machen ja auf jeden fall mache ich rein okay es dauert zwar ein bisschen länger dann aber dann ist es ein bisschen besser weil ich weiß jetzt nicht wie du das handhabst du hast es jetzt einmal gemacht ja ja ich meine es ist halt cooler hatten viele schon da ist übrigens ich weiß ich glaube er hat gerade nicht er hat gerade das schließfach neben mir aufgemacht ja das ist meistens glaube ich so wegen der ki damit du nicht so hart entdecken wirst hier war kein miese kätzchen was er hat gedacht dass ich mir eine miese kätzchen oder was miau nein die sagen auch immer so komische sachen zum beispiel der dicke der vorhin hat doch zu den schweinchen gesagt ja ich renne jetzt mal ganz schnell zum anderen raum nicht rennen geh unters bett schnell wo ist es denn ich habe vergessen die tür auszug zu machen alter perfektes timing alter ich habe nämlich gerade untertitel gelesen dass der sich gesehen hat glaube ich wirklich ja das werde ich gleich reingekommen wie ein geist wieder ein geist wie ein geist hat er gesagt wieder glaube ich ich weiß nicht ich guck's in der aufnahme uhr weiss das scheiße ist wenn du die pumpe aufmacht guckt er glaube ich und an machst guckt er vielleicht unter das bett vielleicht das haben wir davor ja auch gemacht da haben wir als erstes diese ja aber das ist ganz schnell an warte 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 aufzureden jetzt mach doch an und das bett schnell das macht es aber schnell dieses bett ist aber schön guck mal es sieht aus wie bei mir zu haus ja der mann der läuft auch immer bei mir und kann eben ist da reingelaufen wollte ein bisschen pudding glauben ach bitte nicht herrgott nochmal bitte nicht guck doch nicht unter das bett alter du weißt nicht wie meine tür so war ach nein sagt unspruch die laufen das ist schön ich glaube dass zum geist wird ja ich ich glaube ich wechsle es die Batterie bei ihnen elektronik das drüben was er war das hier ich weiß nicht irgendwo elektronik um ja dort wo du dich hinterm Bett versteckte du hast ja genau okay also ganz knapp als du den Schrank geöffnet hast ja ja ich hab's gesehen ok gott und dann machen wir jetzt mal ganz kurz neue Batterien rein und jetzt steht er vor der Tür ich hab da immer diese diese dieses gefühl ich renne da jetzt mal rein warte 3 2 1 nicht rennen doch das ist doch 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 versteck dich aber direkt in unserem Bett ich hab's ich hab's Alter das geht grad schnell ist das elektronik gut? nein das ist glaube ich nicht Alter Alter wie gehst du den Tränken? äh ja ich weiß da macht er immer auf siehst du diesmal was? das ist richtig auch wenn die volle etwas länger ist ist doch geil ja wir haben eine reine Batterie das ist die letzte Batterie ich geh nicht zum Bettmann ich glaub er geht danach nochmal rein oder ne der ist da jetzt ganz kurz wir gehen jetzt raus ja? ich glaub nicht dass der jetzt wieder einkommt ich wüsste nicht ich wüsste keinen Grund dass er jetzt wieder einkommt mach die Tür zu nein 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 ich muss ja raus sneak guck so um die Ecke mit Kuh ja da ist er nicht geh da rüber ja ich bin äh das ist einfach so ein sinnloser Raum oder was? nein damit du dich verstecken kannst geh aber mach das mit ich glaub da war eine Batterie ja dann hol ich sie mir jetzt gleich ich hab jetzt zwei Stück hab grad eins genommen ne ich glaub er hat mich gar nicht gesehen ich hab mich jetzt umsonst versteckt ja aber ich geh wieder raus ja geh wieder raus äh der wird mich schon nicht raus äh der wird auf dem Schrank Hallo rota ich bin der Typ aus dem was? guck doch mal ob da der Batterie war im Raum ah ja ja genau Hallo Sicherheitsbehörde ja ich hab's ich hab's nicht falsch gesehen ich bin hier für die Dachdeckerei Hallo ist hier alles zuhause wenn du dich übrigens an an eine Wand lehnst und Kuh drückst oder äh äh ich hab hier irgendwas gefunden ich weiß nicht ob das richtig ist aber da ich hab einen Raum hier auch so ein sinnloser Raum wie immer okay ich bin aus ich bin der Lieferant Hallo DHL Hallo ist jemand geschlafen macht langsinn macht die langsinnig ich muss ganz kurz neu reinmachen und es steht auf einmal vor mir Hallöche oh nein doch nicht ach schön gelacht wenn's so wär ey das kann man sich so denken weißt du warte wieder einmal lang ich muss mal ganz gut äh das sieht's da will ich wirklich jetzt nicht hin aber das sieht auch nicht und Otter ja ja du hast mach langsam auf ja was ist das ja Hebel pass auf guck erstmal ob du ja Schrank aber ich glaube das wäre ein perfekter Zeitpunkt ja Leute ich weiß nicht was passiert und ich würde mal sagen ja ey warte mal ich das ganz kurz gucken ey ich gleich okay gleich 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 ich würde noch den Hebel machen und dann warte Hebel mach Tür zu ne ich muss jetzt wieder zum zum Ding zum Center wo man das erst aufm äh anmacht verstehst du wie wärs wenn du jetzt erstmal die Folge beendet damit schwann das Cliffhanger ich glaub ich weiß wann ich das mache ich weiß wann ich das mache glaub mir ich werde eine schöne machen das ist schön spannend für die Zuschauer wenn du jetzt stirbst werde ich werde ich lachen doch nein 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 fecke dich doch in deinem Arm du scheiß Arro du scheiß Arro du scheiß Arro count im ich hab's dir gesagt Also Leute bis dann bis dann bis dann aus Date